so ich zeige euch heute mein domizil wo ich gerade wohnen tue aber nur weil ich heute zusammengeräumt habe also ich bin jetzt gerade rein bei der tür und da ist die nächste tür unschwer zu erkennen da drinnen haben wir dusche und natürlich befindet sich in der dusche wolle was sonst klo und um die ecke waschbecken spiegel zeug raus so gegenüber vom klo geht es hinunter in den keller da unten ist das ganze katzenklumpat und auch das sonstige zeugs da garderobe für jacken schuhe das piano das licht spinnrad so da haben wir eine bar quasi hier geht es weiter in die küche kennt ihr ja schon da habe ich ja schon das eine oder andere zeugs gekocht mit euch und für euch da geht es raus in die natur spinnrad so und das ist die couch wo ich normalerweise sitze und die videos für euch aufnehmen meistens großer tisch der ist jetzt natürlich schön abgeräumt das ist sonst nicht so sonst ist der voll mit glumpert strickkorb hundespielzeug sternkissen strickzeug ispiner und der höhle und tisch spinnrad gitarre kastl zeugs mit fernseher und was halt so zum fernseher dazugehört da sind die diversen ordner von meiner schwester im kastl so jetzt machen wir das ganze noch von der anderen seite also da sitze ich sonst gell katze was sonst blick in die küche ja und da geht es hinauf in die oberen gemächer oben sind zwei zimmer in einem steht mein bett in dem ich schlafen tue und im andern ist alles andere katze was denn stupst mich an von hinten ja natürlich das gehört dazu zum stricker dasein schirmhaspel wollwickler und katze ja da ist ein kratz ding für katzen da auch genutzt wird's nicht mein hocker ganz wichtig mein klavierhocker der ist ein bisserl lädiert gell das war mal das von einer katze die die hatten wir mal das ist dreck so das ist nichts das ist dreck und das ist katze ja da sind meine noten drin ich weiß noch nicht wo ich das hinsteck vielleicht lasse ich es auch einfach da stehen da habe ich so meine musikanlage zwischen küche und dem rest ja da draußen kann ich euch noch zeigen das ist das gehege wo die katzen raus können das ist ein bürdel am fenster da können die draußen sein es wäre eine voliere das pool der garten ja das war's